herzlich willkommen zu einem neuen video diesmal geht es um die weihnachtszone ich habe ein paar geöffnet ich habe nicht alles aufgenommen aber ein paar und ich möchte sagen was ich so rausbekommen eigentlich ja man sehen kann yang das glaube ich dass ich relativ oft rausbekommen und jetzt mal ein trank der hast aber meine kollegen aus der verstärken verzaubern oder rolle der korrektur was ich auch gerne hätte und ich hatte bis jetzt ziemlich ziemlich pech was die weihnachtszone angeht mal gucken ob es jetzt vielleicht besser wird irgendwie demnächst auch wenn das event eigentlich schon relativ fortgeschritten ist aber ich habe heute viel gefarmt sei es jetzt kors oder jetzt halt socken wird es abgegeben mit den ganzen charts ich habe jetzt heute sogar mehr sehnensteine bekommen was halt auch mal luxus ist für mich auch wenn ich ja ich habe davon eigentlich genug aber ja größtenteils jetzt gibt es halt echt einfach gegangen das finde ich halt echt traurig ich meine ok cool und ja wenn ihr meine low level charts sehen wollt wie ich mit den jüngers war mir einfach reinschreiben und equipment zeugen ist nichts spektakuläres und ja das war es auch schon mit dem video ich hoffe jetzt gefallen man sieht sich tschau